Hallo, heute möchte ich dir ein schönes Dreikönigslied zeigen, das nicht viele Noten braucht. Und zwar, ich werde dir auch die Noten zeigen, wahrscheinlich unten überall in den Videos. Und nochmal, wie ich das schaffe auf meinem Blog. Fünf Noten oder sieben Noten, die sie wiederholen. Und das Interste, das Re, vierte Seite leer, das Sol auf der zweiten Linie, dritte Seite leer, das La, zweiter Zwischenraum, dritte Seite, zweiter Bund, das Si, zweite Seite leer, mittlere Linie, und das Re auf der vierten Linie, von unten nach oben gesehen, zweite Seite, dritte Grund, und das Mi, oberste Zwischenraum, erste Seite leer, ich sag nochmal, das Re, der eine Unterhalt des Lebenssystems, vierte Seite leer, und das Sol, zweite Linie, vierte Seite leer, das La, dritte Seite, zweite Grund, und das Si, der dritte Linie, also die mittlere Linie, zweite Seite leer, und das Re, vierte Linie, von unten aus gezählt, zweite Seite dritter Bund, und das Mi, vierte Zwischenraum, also der oberste Zwischenraum, erste Seite leer. Das geht so. Das ist ein einfaches Lied, vielleicht so einfach für sieben, acht, neunjährige Kinder, auch fünfjährige, vielleicht, wenn sie begabsen, siebenlich probieren. Ich siehe nochmal, das geht so. La 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 La, Re 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 La La Si Soh La 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 Re 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 La La Si Soh La 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 Si Re 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 Si Si La Soh La Si La Der Text dazu. die Heiligen Reichköniglust.